Gebt mir voll auf die Eier. Komm mal, hier machst du es. Ja, warte, ich musste gerade was trinken. Okay, kein Problem. Ja, jetzt ist die Frage, wie mache ich das jetzt hier? Ja, komm, also ich muss ja zumindest was sehen. Dann muss ich hier stehen bleiben. Ich kann ja gerne noch eine Viertelstunde lang machen. Ja, gerne noch eine Viertelstunde lang machen. Hadi Schweiger, gerade. Hadi Schweiger, auf jeden Fall. So, also ich muss ja um die Ecke. Alter, ich sehe das schon wieder kommen, ey. Das ist schon wieder so eine Sache wie da, wo ich aufgegeben habe. Läuft, da habe ich nicht gesprungen. Naja. Nee, ich bin nicht gesprungen. Ich muss nur was sehen, alles klar. So, komm, ich muss was sehen hier. Alter. So. Loll, ey, schick ich hier, das geht gar nicht. Wieso springe ich denn? So, ich sehe wieder nichts mehr, Leute. Komm, wir müssen jetzt zumindest, ich muss wenigstens was sehen. Alter, wie das alles am blinken hier ist, ey. Okay, das ist klar. Jetzt wollen wir nochmal probieren, ja. So, ich weiß nicht, was springen. So. Komm schon. So. Nein, komm schon. Komm schon. Ich kann aber nicht. Verkacken. Boah, jetzt, das wäre natürlich witzig. Ja, gut, aber ich, das, ich habe diese Sprünge noch nie gekonnt. Noch nie. Da, siehst du, ich muss hier, ja. 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 Und schon. Nein. Alter, ist das eine Scheiße, ey. Wie ich die einfach nicht kann, diese versetzen, ey. Ich kann sie nicht, ey. Wie ich sie einfach nicht kann. Leute, ich sehe nichts mehr. Komm, wir. Hast du eigentlich beide Sachen schon aufgebaut von Lego-Hadi? Nee, ich habe... Kannst du mir ein Foto davon schicken bei WhatsApp mal nachher? Ja, kann ich machen. Ich habe mir, es gibt ja auch so kleine Sachen von Star Wars, wo so Planeten sind, so kleine Sammeldinger. Ja, die habe ich auch gesehen, ja. Ja, ich habe mir davon diesen Walker aus diesem Jünger, diesen zweibeinigen, diesen ATS-C oder was habe ich mir geholt, denn den habe ich am ersten Abend aufgebaut und den X-Fighter gestern Nacht quasi. Aber den TIE-Fighter habe ich mir noch aufgehoben, den mache ich eventuell heute Abend oder morgen oder so. Ich will ja nicht alles auf einmal, weißt du? Na klar, Mann. Schade, das wäre jetzt nicht eigentlich, wenn ich es hier. Boah. Ja, Siggi.